Die Basisarbeit der zukünftigen Skisprungstars beginnt mit Mini-Hüpfern, vor allem aber auf schmalen Langlaufskiern. Das Warm-up der Running Dragons. Philipp Riesle gründete diese Trainingsgemeinschaft verschiedener Vereine vor zwei Jahren, als der Nachwuchs fehlte. Jetzt herrscht reger Betrieb im hinterzartener Adler Skistadion. Unsere Philosophie ist so, dass wir eine breite Grundausbildung an skifahrerischem Könner oder Hinflieger lehren wollen. Und das heißt, mit allen möglichen Sportmitteln auf Schnee sich bewegen. Wenn man hier das Gleichgewicht gut halten kann, kann man es auf der Schanze dann später auch. Die teure Ausrüstung bekommen die zukünftigen Weidenjäger leihweise aus einem Materialpool. Und wer einmal bei den Running Dragons dabei war, für den ist Skispring der beste Sport der Welt. Und warum? Das kann man so nicht beschreiben. Man muss es selber machen. Die Kinder zwischen 5 und 12 Jahren trainieren zweimal in der Woche auf den kleinen Schanzen. Doch die sind beachtlich hoch, die Sprünge beachtlich weit. Und mit jedem Sprung geht es ein bisschen weiter. Alle Jungadler, alle Mädchen und Jungs sind motiviert und mutig. Seit 4 Wochen ist der 5-jährige Jakob dabei. Sein Ziel, die persönliche Bestweite steigern. Ich glaube, so weit bist du noch nie gesprungen. Bei der 1 und bei der 0? Nee, das war über die 1 und die 0. Was war bei der 1 und bei der 1? Bei der 1, 1. Unglaublich, oder? Gratulation, 11 Meter. Nein, das erste Mal. Was ist das Allerschönste hier? Innerlüft fliegen. Super. Und was möchtest du mal werden? Weltmeister. Die Skisprung Zukunft ist gesichert. Die Skisprung Zukunft ist gesichert. Untertitelung des ZDF, 2020